Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram. Ja, und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Wukong im Jungle. Mit dabei ist die Alexa und sie spielt Zyra. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, ohne Skin. Ohne, genau. Meinst du, klappt besser? Weiß ich nicht. Och, wieso? Wu, klappt bei mir doch immer gut. Haha, ja. Was soll denn das heißen? Ja, weil du ein komischer Affe bist, ey. Aha. Wir haben billig Fischmaul im Team, ja. Comendert easy. Was haben wir? Billig Fischmaul. Und das auch noch als Brand Support. Ja, das kann ja was werden. Das kann ja echt was werden. Hoffentlich ist die Talia genauso kacke wie die, die ich vorhin im Team hatte. Guck dir den Namen an. Jyp. Ohne will. Franzose. Wir sind schon Fußball-Weltmeister geworden. Das muss reichen. Jetzt kann er hier wenigstens Fußball spielen können sie zwar, aber Löl nicht. Ich war da eigentlich nur drauf, dass sie sich ein Lieg damit rühmen. Würde ich direkt drauf antworten. Fußball spielen könnte, aber kein Löl. Soll man doch so ein Schemmer finden, der ein bisschen wie Wu ist. Würdest du den dann auch spielen, sagst du, oder was? Ja. Da hätte ich schon mal einen Affen für die Mitte, weißt du? Hm. Nein, BlITCH ist der Mensch bestimmt, oder? Au hahaha Ha. Ha. Na ist das? shutting. Komm, nicht reden. Nee, tue ich auch nicht. Deswegen bin ich gerade so still. Na, ich habe auch gerade überlegt, aber... Boah. Wie die mir auf den Sack gehen. Also, die ist gepinkt. Meine. Ich wollte ja mal zeigen, dass ich es auch kann. So, die Pings von ihr mute ich jetzt mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Das war im Jungle. Oh, Mann. Ah, ist geflasht. Was bitte mal ansagen. Ach ja, ich weiß. Hä? Ich wollte gerade sagen. Oh, fuck. Die ist schon Level 6. Was? Wer ist Level 6? Riven. Hä? Nein. Nein. Doch. Wie geil war das denn? Nee, Level 4. Halt. Ich bin verpeilt. Merkst du es? Ja. Das ist bei mir immer so, wenn ich so auf was warte. Denkst du, ich warte nicht. Nein. So, aber jetzt hat er genau Red und Blue. Hat sich also super gelohnt für die Thalia. Wenn du willst, könntest du eventuell gleich mit der Form abholen. Ich bin super low. Hm, okay. Ich kann ja mal... Ja, ich kann ja gleich mal versuchen, ihn einmal zu ganken. Schau mal mal, was bei rumkommt. Augen tue ich ihn. Ich hab halt keine Bahne. Mhm, ich hab's eben gesehen. War nice. So, ich versuche nur einmal zu holen. Er hat gerade seinen Cage raus. Also seinen Dings da. So, geöltet hat er jetzt auch. Boah, Leute. Mann haut das rein. Also er hat keinen Oild mehr, ne? Mhm. Hat aber echt gut Schaden gemacht. Hat im Vladimir, ne? Jo. Bissel OP zur Zeit, sagste. Boah, nice. Was? Mann. Wutsch andere Minions leer, Mann. Mhm. Hm. Ich dachte, dass du keinen Assist mehr gekriegt hast. So, aber okay. Oh, alles gut. Bin froh, dass ich's überlebt hab. Ja gut, dat auch. Boah. Boah, das war alles cool. Ich bin zufrieden, wie's läuft. Doch, das war alles cool. Ich bin zufrieden, wie's ist es balloonisch. Ah. Wursawiel, ey. Wursawiel. 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 Meine Reise beginnt. Oh, billig Fieschmaul. Der Name ist geil. Ja, ne? Der hat was. Oh, ich komm noch mal mit der vorbei. Oh. Oh nein. Ey, du, ich glaub, ich komm dir nicht mehr helfen. Nein! Alter, was ist denn heute wieder los, Mann? Da hatte ich schon wieder Tower-Argo, oder? Trauisch. Oh Gott, ich hau die Pflanze an. What? Ja, aber was ich hier treibe, ey. Kann doch alles nicht wahr sein. Na, was? Na, jetzt lacht sie wenigstens. Ja, ich hab grad wieder was gesehen. Jetzt werde ich sauer. was ich hier schwimmen kann. Ah. Los, du blöder Tower. Schieß schneller. Noi, was soll das? OMG. Die hat echt ne Stoppuhr. Da kann ich ausrasten. Ja, vor allem als Riven. Und so früh. Ich hatte Inspiration dabei, da hast du ja da eine for free. Hm. Ich glaube, ich versuche auf der Botline ein paar Kills zu kriegen. Das ist, denke ich, am einfachsten. Ja, das ist aber auch scheiße zu ganken, ne? Ja. Ja. Gerade, wo ich auch ein bisschen behind bin. Und ich will dem nicht noch mehr Kills geben. Ja. 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 Und Botline haben wir zwei Kills gewohlt. Ach, später Brand auch die Bumbum und so. Was? Ja, die ballert gut. Bachte Bumbum. Ja, Brandt Bellard auch gut. Also auch jetzt schon. Botlane ist echt recht fett. Blöder Riven macht mir ein bisschen Sorgen. Obwohl die nachher natürlich keinen einzigen Tank haben, ne? Blöder Riven ist halt, sag ich mal, wie ein Semi-Tank durch seinen... Oh, die Riven. Die Riven. Ich hab aber auch keinen Mana, ey. Damit. Gegner sind wieder gut rangekommen. Jupp. Nüsste gut. Kriegen die auch noch einen ersten Tor. Oh Mann, ey. Geht halt, ja, bitte. Hm, die hat sich grad meinen Blue gegönnt. Ja, super. Da hast du gefressen, mein Freund. Mach mich nicht sauer. Hehe. Schön. Oh, jetzt hab ich mich auch noch verskillt. Ohoho. Damage, du. Gut, die Ult war ein bisschen viel jetzt, aber... Immerhin haben wir so beide gekriegt jetzt. Aber jetzt läuft die Bot lang gar nicht mehr. Die hab ich vorhin noch so gelobt, ne? Naja, ich glaub, jetzt hat aufhört zu loben, ey. Ja, aber das ist echt Wahnsinn. Die waren so schön vorne, guck mal. Stehen sie mittlerweile 5-7. Ja, oder weniger even, ja. Ja. Aber ist halt schade, wenn welche so ein Front lagen und dann... Hm. Werden die vielleicht gekämmt, keine Ahnung. Äh, Jin kommt mit, glaub ich. Ne, will ein Drake. Ja, die wollen Drake. Oh, ich hoffe, ich komm da schnell genug hin. Followst du auch schnell? Bin dabei. Den hab ich. Oh, oh. Leute, macht doch keine Dummheiten da mehr. Ich wollte doch nur den Drake und den hab ich easy gekriegt. Haha. Wo ist der einzige zusammen mit der Mittlerin, die hier was reißen, Baby? Ach, warum sollst du denn bitte sacken, ey? Weil der Typ keine Ahnung hat. Vorsicht, Riven. Und die ist fett. Komm, ich hab One-Shot. Ja. Der Vampir läuft in dem Jungle rum. Ja, solange er im Bot-Line-Jungle rumrennt und sich jetzt die Ash holt. Oh, ich komm in der Mitte. Okay. Oh. Scheiße. Kann ich nichts machen. Ey, dieses blöde Schild. Ja. Wie viel das absorbiert hat, ey. Setz die See weg halt, ne? Ich kann da auch nicht viel tun. Tut mir leid. Mhm. Nö, war ja nicht dein Fehler. Wir warten müssen, bis das Schild raus ist. Oh, ne, ich werd gedivet. Ja. Genau, hält irgendwie auch von diesem vielen Damage viel zu wenig aus. Trillier schon wieder bei meinem Blue. Natürlich. Natürlich. Mein Blue. Ich brauche Magic Damage und keine Rüstung mehr. Okay. Ich brauche auch Magic Damage und keine Rüstung mehr. Okay. Wird nicht aufgegeben, vergiss es. Ne, aber ich hab ne Riven hinter mir. Oh, Gott. Alter, ist die greedy. Ach. Ach, ich bin alleine hier, ne? Hm. Ja. Na, da gestorben wurde Wofür wurden wir gemacht? So geht das. Okay, super. Wie, nicht glücklich damit, dass Gegner getötet wurden? Das hat sich auch so angehört, so Oh, supi. Achso, nee, war nicht so gemein. Also, was ist natürlich ein geiles Ziel? Ein Jinn, der da am Uten ist und nicht mitkriegt, dass ich komme? Ich gehe mal kurz da Plan hoch. Ich hoffe ja mal, dass ihr das mit Brand halten könnt. Boah, auf jeden Fall gleich etwas, take it. Achso, genau, er ist hier, leu. Habe ich gar nicht gesehen. Gehen wir, komm doch. Hm, kommen alle. All rufen von innen. Ich komme dir entgegen, Junge. Ja. Boah, sehr geil. Alter, ich habe 30 HP überlebt. Holy. Richtig geil. Wer stellt mein Können in Frage? Genau, Drag wäre geiler. Als wo brauche ich so lange? Ich habe mich eigentlich tot gesehen, so. Richtig auch. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber wir kommen langsam wieder zurück ins Spiel. Yep. Okay, ich hätte ihn da. Wie soll ich noch ein paar Kills kriegst und ein paar... Oh, warte. Boah. Puh. Na, ich brauche noch das einer oder zwei Items noch, dann geht es richtig scharf. Noch einer ist aber auch stark zur Zeit, ne? Allein schon wegen dem Schild. Ja. Oh, lol. Okay, aber... Nein. Da hat ihn ja der alte Gangster überlebt. So ein fies Link. Ja, war ein harter Fight jetzt. Ich glaube, ich muss als erstes zählen, mal Talia. Ja, Talia oder Jhin. Die beiden muss ich rausnehmen. Ja. Ja. Das ist befriedigend. Wolle gucken, ob der Damage reicht von diesem Item. Mhm. Meine Reise wird... Gembrandt lassen wir sogar mal den Blue. Ja, der konnte kurz stuffen und dann kann ich einkaufen gehen. Nice. Oh, lol. Jetzt habe ich es aber. Komm. Oh. Deine Pflanze eine Millisekunde hat zu lange gebraucht, sonst hätten wir sie beide. Ah, verdammt tot. No. Oh, Vorsicht. Ah, die Riven ist zu fett. Ja, leider. Mann, ey, das gibt's doch. Wird gelaufen. Naja, ja, insgesamt war es wieder okay, ne? Drei für drei, aber... Äh, eigentlich weggehen sollen, so. Ja. Ja, immer aufpassen wegen der Riven. Die ist echt übel. Unser Gnar geht wenigstens Tanki, das gefällt mir. Mein Red ist ab. Ja, ne? Mein Botlane kann ich nicht alleine machen. Hm, ich dreh sofort um. Ach, nee, genau. Ja, ich komme auch. Ich glaube, in diesem Game bin ich mal richtig Arschloch und ziehe mir immer den Djinn raus. Egal, wo er ist. Hm, Riven ist mit dem. Okay, genau, geht rüber, das ist gut. Komm. Komm. Oh, nein. Warum haben die dich jetzt alle alleine gelassen, wenn ich nie mitgehe? Ja, weiß ich auch nicht. Mach mal's, glaube ich, so, dass wir einfach mal zusammenbleiben, so. Hm, vor allem auch mit mir reden. Weil du... Das letzte war ja, dass du Botlane nicht alleine deffen kannst. Oh, jetzt aber erstmal aufpassen. Boah. Ja, ich hatte mich halt auch gewundert, dass ich mit einmal da ganz alleine stehe. Stehe. Tut er. Aber hier kommt Riven. Passt auf. Äh, Vorsicht, wollte ich pingen. Boah, komm Brand. Das muss doch wohl reichen. Jawohl. Alter, was ein Spiel wir. Ja, und ich hatte halt nichts gesagt, weil ich dachte, dass wenigstens die anderen da bleiben, weißt? Ja, ja, aber das ist nie gut. Wenn alle denken, sie bleiben und dann gehen sie alle. Weißt ja, wie es ist, ne? Ja, ich sag das mal, warum, wenn ich weggehe. Jo. Naja, war... Ich war natürlich auch sehr deep. Muss man auch sagen. War schon sehr risky. Naja, als ich halt erstmal geguckt habe, waren da noch zwei Leute und mit mal warst du alleine, so. Ja. Also langsam habe ich auch meine Items. Auch wenn ich in dem Game nicht gefeedet bin. Aber... Aber ich glaube, ich bin gerade mitten durch den Pinkel laufen. Egal. Leide mir am Bauch. Dann gehe ich mal lieber, wa? Boah. Oh nein. Oh nein. Mhm. Ja, jetzt geht er genau auch auf MR. Das ist gut. Ich wollte ja auch auf MR gehen. Das ist nicht nur auf der Match. Ja, sollte ich dann eigentlich auch noch tun. Oh. Ich will erst noch meinen Jumos. Wie viel fehlt der für Jumos? 150. Geht doch noch. Mhm. Da wollte er Wladimir One-Shot. Gut. Geweilt mir. Ja. Mir auch. Oh. Safe? Ja, ja. Mist. Hat er so noch Flash. Ja, von denen. Hürfen. Das war's mal genau. Müssen wir zurück. Ach, genau. Und das hat eigentlich auch Full Tank ging. Wir haben genug Damage, denke ich mal. Nee, da komme ich lieber über Base. Schneller. Von der Art im Bild ist total komisch, ich weiß. Hm. Macht nichts, solange es funktioniert. Hä, nice Ult. Oh, ich geh mich um Jumos kümmern, wie ich gesagt hab. Ah, die Morgana ist auch immer bei dem, ey. Ja. Dann geh ich doch mal hoch zum Wladimir. Ja, obwohl, der weiß es. Ich will den Gin. Nein. Doch. Nein. Boah. Ich glaube, der hat seine Pfütze schon raus. Und ist tot. Und ist tot. Nee, ne? Ich krieg kurz Base. Yep. Boote. Vogel Wenn nicht verarschen Er ist jetzt knapp. Diese Ash Ich hole mir mal wieder meinen Freund Oh ne, oh leu Ne, raus Keine Wild ab Boah, das wäre ja fast voll in die Hose gegangen Oh leu Oh leu Pass auf, da sind mehrere Das war jetzt aber echt nicht schön, was ich da gemacht hab Was meinst? Ja, ich hab meine Jumus eingesetzt Könnte ich jetzt natürlich gut gebrauchen Und so, hm Ich hab das eben aufs Wave-Clay eingesetzt Mist Oh nein Die Riven Jetzt rasiert sie Oh ne Das könnte es gewesen sein Ah Na gut, gewesen ist es das noch nicht Aber jetzt reißen wir uns natürlich alles hier ein Boah Boah Lauf nach unten raus Da kann er dich nicht fokusen Leider hat das gemerkt Ja, egal, war gut Ist ja rausgekommen Oh, ich brauch noch zu lange Noch fünf Sekunden tot Ich kann dir nicht helfen Ich weiß Ich weiß Ich weiß Keine Sekunde Ich hole auf Halt durch, Kleine Ja, ne Deine Affe hat dich gerettet, Baby Da kommt eine verrückte Riven Oh, ne Oh, ne Ah Ah Nein, nicht du mich retten Ich dich retten Trotzdem Dein Gefühls retten War schön Gut, dass ich dieses Ding da hatte Ja Aber unser Team schafft es, glaube ich Leider nicht mehr zu defen Mal schauen Brauch noch zu lange Hm Ich nämlich auch Oh, ein Knasch stirbt, oder? Ne, doch nicht Schade Los, wehrt euch Ich bin auch gleich da Ich auch Deswegen, da geht noch was Und mit Ult, mit allem Oh, ich hab auch eine fette Riven am Arsch Wie ich nichts gegen die machen kann Boah Nichts zu machen Die hatten zu viele Sachen, um sich zu verstecken Aber ich hoffe, das Game hat euch gefallen Und wenn ja, schaut auch im nächsten wieder rein In diesem Sinne, bis bald Euer Ram